Jetzt hast du da diesen Typen mit, äh, was sagst du, nackt, ähm, Rollschuhe, eine Fliege. Klar, wenn er Bock hat, dann trägt er eine Rollschuhe und eine Fliege. Und ansonsten eben gar nichts. Und du konntest und durftest im La Roca echt sein, Bergl. Du konntest im La Roca sein, die Person, die du dir gewünscht hast zu sein, die durftest du für einen Abend sein. Und das war jeden Abend im La Roca und das war das Gute und du wurdest auch genau als das akzeptiert. Die Musik war Granate, es war so grandios, diese Musik zu feiern, zu erleben. Pete Heller, Big Love, wie kann man nun das als 17 Minuten Set spielen, verdammt! Daddy's Favourite, dafür Good Things For You, DJ Falcon, alias Duff, Stardust Punk, alias Stardust, alias DJ Falcon, ähm, Allemann Dar, Plastik Funk, ähm, Bob Sinclair, George Morrell, Tonka, natürlich der große, große Tonka. Ich, wenn ich, wenn ich's doch nur, wenn ich doch nur einen Abend, ich hab, wie ich, jeder der mich kennt, hat diesen Satz auch von mir schon gehört, wenn ich doch nur einen einzigen Abend nochmal im Lauka haben dürfte. Und, was das Geile ist, den darf ich haben und den werde ich auch haben. Draußen standen die Leute, haben gebettelt reinzukommen. Alles war cool, richtig. Alles war wirklich, wirklich cool. Und wenn du diese Läden heute hast, wo du sagst, ja, ähm, du hast nur diese Statisten, weißt du, kommst irgendwo rein und guckst und du hast diese Statistentypen, die alle eben auf irgendwas warten. Es gibt Leute, denen guckt man zu und es gibt Leute, die gucken zu. Und da waren eben Leute, denen guckte man zu. Und man war irgendwie unter sich und das war dieser, dieser wunderbare Moment, selber erkannt zu haben, dass es diesen Laden gibt, aber die anderen wissen ja auch nicht davon. Mit Tom Kau und Plastikfunk. Die ganze Nummer, ähm, dieses, dieses Irre, dieses Verrückte. Erstmal war die Musik unglaublich. Und das hört sich heute so, so komisch an, wenn man sagt, boah, die Musik war so geil. Die Musik war wirklich so. Ich hab Leute erlebt, die, 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 die sich in die Hose, die sich, weißt du, die sich eher in die Hose gemacht hätten, und dann hast du das nächste geile Lied zu, verpassen die anderen so hin und her, wo du sagst, oh, aber das nächste Lied, das nächste Lied. Dann haut Pete Heller, haut aus, Big Love hat ja ein 13-Minuten-Zett raus. Arman van Helden lässt den Anfang von Funk-Phänomenal 17 Minuten gehen. Und dieses Ausrasten, dieser, dieser, dieser kollektive Orgasmus fürs, boah, sowas Geiles. 12.11. im Club 102, neues, Freunde. Eigentlich würd ich euch alle gar nicht sehen, weil ich will die Tanzfläche für mich alleine haben. Aber bekannter Gesichter, Dennis Herbitz werd ich vielleicht sehen. Wie auch immer, ich freu mich auf einen riesig geilen Abend. Was für ein Turn-Larocker 2016. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.